Heute möchte ich den Film Einmaleins der Liebe vorstellen. Herzensfrisch und ausgebufft sehen wir die junge Luise Ulrich in einer Doppelrolle. Die deutsche Komödie Einmaleins der Liebe ist aus dem Jahre 1935. In den Hauptrollen sehen wir weiterhin Paul Örbiger, Theo Lingen, Lee Perry und andere. Der Film führt uns in einen kleinen Ort in Österreich zur Zeit des Biedermeier. Die Kaufmannstochter Sophie soll nach dem Willen ihres Vaters heiraten, doch sie willigt in die Pläne ihres Vaters nicht ein. Im Gegenteil, sie weigert sich vehement, einen ihr völlig Fremden zu heiraten, auch wenn er aus demselben Ort stammt. Der Gemischtwarenhändler Weinbär soll der Bräutigam sein, der jedoch auf der Suche nach einer Dame ist, die ihm vermeintlich ein Tüchlein aus einer fahrenden Postkutsche zugeworfen hat. Nun will er in die Stadt, um sie zu suchen. Sophie verkleidet sich inzwischen als Bursche und bewirbt sich fälschlicherweise als ein Lehrling, der allerdings erst in wenigen Tagen von Weinbärl erwartet wird. Sie stellt in dieser Verkleidung allerlei Streiche an und bringt Verwicklungen in die Welt. Derweil prüft sie ihren künftigen auf Herz und Nieren und befindet ihn schließlich für geeignet. Ja, sie verliebt sich in ihn und entscheidet sich zur Hochzeit, so wie es ihr Vater ursprünglich gewollt hat. In dieser Komödie wird wieder einmal der Einfallsreichtum dieser alten Filme unter Beweis gestellt. Mit welchen Ideen man sein Leben gestalten kann, zeigt diese und viele andere Filme aus dieser Zeit. Ich wünsche gute Unterhaltung. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.